So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Letzte Folge haben wir uns aufgemacht, um Arc Angels zu rekrutieren und wir müssen jetzt hier irgendwie an ihn rankommen, auch mit den guten Jared geredet und dabei erfahren, dass er gegen Arya eine Intrige führt bzw. sie versuchen will zu stürzen mit den anderen Organisationen, die auf dem Planeten sind. Wir haben gerade schon Eclipsen ein bisschen kennengelernt, jetzt sind wir beim Bloodpack, die wohl gerne die Vouchers benutzen. Voucher mit Garm. Die Spielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Das ist aber auch kein sehr gesprächiger Typ. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Arc Angel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist Schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Oh mein Gott. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur an. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Also man muss wirklich sagen, der Garm, der hat es wirklich schwer. Wenn er für sein Sold arbeiten muss, der Junge tut mir heute so, äh, tut mir echt leid. Also ich meine, wie kann dann das sein, dass ich für, für mein, für Geld arbeiten muss, ne? Dass ich, äh, na gut, Sold, Sold ist ja eigentlich, äh, Sold ist doch eigentlich eine militär, äh, militärische Sache, oder? Der Sold, kommt das nicht aus dem Militärbereich? Aber im Grunde geht es natürlich um Geld und es ist natürlich eine Schwannerei, dass der gute Garm für sein Geld arbeiten muss. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Wir leben in einer sehr, sehr eigenartigen Welt. Nicht nur im Mass Effect Universum, natürlich auch in einer realen Welt, wie es sein kann, dass man für Geld arbeiten muss. Ähm, unglaublich. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Thorianer, also noch ein Stück hässlicher als sie. Und er ist tapfer. Bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt. Aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Oh. Also wir haben schon mal die Information, dass er ein Thorianer ist. Man greift das Bloodpack an. Der verdammte Taric will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihn in die Quere kommen. Hä? Ja, das könnte wohl wirklich lustig werden mit dem Mechs. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Verschwinden Sie, Freischaffender! Klappe. Autsch. Schutzgeldkonten, Hacken. Blau, blau, blau. Bester. Utility. Hm, hier könnten wir noch reingehen. Aber oben geht es so den... Was ist denn hier schönes drin? Ich spiele mal ein bisschen Memory. Waffenlieferung der Blue Suns. Das sieht interessant aus. Maschinenpistole, Schaden. Wieder was Neues für die Forschung. Schmuggelunterlagen der Blue Suns. 4000 Credits. Und Energiezelle. 3% mehr Munition für schwere Waffen. Und hier haben wir noch eine munizinische Station. Wo ist er jetzt hin? Ich suche Sergeant Kafka. Ich auch, Kumpel. Er ist da drüben und arbeitet an dem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilen. Ich komme gleich wieder. Viel Glück. Okay, das war ein Folterer. Was wollen Sie, Freischaffender? Vielleicht machen wir noch mit dem Blue Suns. So viel Zeit muss ich sagen. Da haben wir Tarek. Ich will keine Ausreden. Kafka soll den Jäger reparieren. Sonst läuft er als nächstes über die Brücke. Und jemand soll mir die verdammten Baupläne bringen. Sofort! Okay, der ist ziemlich schlägig. Raus mit den Freischaffenden. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Jennifer! Schaffen Sie mir diesen Abschaum aus den Augen! Tarek, was macht Sie eigentlich so stinkig? Zahid? Oh, die kennen sich. Cool. Ich nehme an, Sie beide kennen sich. Unsere Wege haben sich ein paar Mal gekreuzt. Seit wann arbeiten Sie für so wenig? Seit wann sind Sie ein verdammter Irrer? Es ist wegen Archangel. Der Typ bringt mich nochmal um. Einmal hat er es schon fast geschafft. So schlimm? Schlimmer. Sehen Sie her, Zahid. Mit dieser Scheiße muss ich mich rumschlagen. Jenta, reden Sie mit diesen Leuten. Beantworten Sie alle Fragen, die Sie haben. Schön, Sie zu sehen. Und wer weiß, vielleicht werden Sie ja mein Problem für mich lösen. Möglich ist alles. Es ist gut, dass Sie ihn kennen. Tarek heuert nur ungern Freischaffende an. Er traut keinem, der nicht zu den Blue Suns gehört. Was Sie nicht sagen. Was kann ich für Sie tun? Also manchmal sind die Dialoge einfach so unglaublich gut geschweben. Oh man, es passt halt einfach immer genau die richtige Antwort. Und das Gute ist, dass es tatsächlich auch in Deutsch einigermaßen gut funktioniert. Oh man. Weiß er, wo das Treffen stattfindet? Wird die Lieferung plötzlich verschwinden? Wie viele Männer werden wir dieses Mal verlieren? Tarek hat einfach genug. Ich kann es ihm nicht verdenken. Offenbar macht er da gute Arbeit. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein militanter Turianer, dem es Spaß macht, zum Zeitvertreib Söldner umzulegen. Abgesehen davon ist er ein einziges großes Fragezeichen. Er taucht auf, meist zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt und pfuscht uns in unsere Arbeit. Wenn Sie mich fragen, kann er gar nicht früh genug drauf gehen. Warum hassen Sie ihn so sehr? Er hat Tarek angegriffen. Zu Hause. Hätte ihn beinahe erwischt. Tarek ist seitdem ständig kurz vorm Ausrasten und macht mir das Leben zur Hölle. Alles, was ich tue, wird kritisiert. Dass er die anderen Söldnertruppen zu Hilfe geholt hat, zeigt, wie verzweifelt er ist. Die sind doch genauso schlimm wie Archangel. Was wird Tarek tun, wenn das Infiltrationsteam versagt? Als erstes wird er alle Freischaffenden erschießen, die noch am Leben sind. Danach wird er Eclipse und das Bloodpack vorschicken. Ich habe vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten, aber er vertraut den anderen Gruppen nicht. Äh, wer kann es Ihnen verdenken? Und wenn Archangel alle Angriffe überlebt, dann sind die Sons auf sich allein gestellt. Deshalb will Tarek auch unbedingt, dass der Jäger repariert wird. Aber dazu wird es nicht kommen. Archangel ist gut, aber so lange hält er nicht mehr durch. Er ist jetzt schon über einen Tag da drin. Wir machen uns besser auf den Weg. Gute Idee. Und melden Sie sich bei Kaska. Also der gute Zaid kennt die Eclipse-Typen. Cool, das wusste ich. Ist wieder ein neuer Dialog. Ich habe sonst immer... Sonst immer diese Standard-Kollegen mitgenommen, mit Jacob und Miranda. Kann ja uns eigentlich auch erwischen. Ja, dann stehst du immer nur da hinten hin. Ich glaube, auf der Entfernung passt da nichts. Hm. Ja, dann würde ich sagen, ich befrage mal die schlaue Ruhe. Die schlaue Ruhe sagt, ja komm, ähm, den Anfang, äh, der Anfang geht noch. Dann sprechen wir mit, äh, Kaska. Kaska. Sergeant Kaska. Ah, Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Sorki. Sie haben ihn getroffen, als sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Spreng-Einheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Sehr freundlicher Zeitgenosse. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha! Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkern von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Fallschaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Wie kommt das Infiltrationsthema nach Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um Sie scharf zu machen. Ha! Unser Plan lautet also, einfach unbeirrt nach vorne zu laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Auflenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. So ein unglaublich dämlicher Plan. Führen Sie den Angriff an? Ha! Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger! Bravo Team! Los, los, los! Jetzt geht's los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Kann mir wohl nicht schaden. Ich habe nur das Universalwerk abgegelegt. Sieht nicht so aus, als würde Archangel noch viel Zeit bleiben. Worauf warten wir zum Teufel? Oh. Wir bereiten diesen Kern selbst eine Überraschung. Feinde! Macht Sie fertig! Ja, an dieser Stelle gibt es einen kurzen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao!